Das römisch-katholische Bistum Basel trägt aus historischen Gründen diesen Namen, obwohl die Stadt Basel seit 1529 reformiert ist. Bis 1527 hatte der Basler Bischof in Basel residiert, zog dann aber in sein außerhalb des Bistums Basel gelegenes Schloss nach Brunthut, heute im Kanton Jura, und machte diese katholische Stadt zu seinem Bischofssitz. Seit 1828 ist die Stadt Solothurn offizieller Amtssitz des Bischofs von Basel und die frühklassizistische Sankt-Ursen-Kathedrale in Solothurn-Hauptkirche des Bistums. Von 999 bis 1802 war der Bischof von Basel Fürstbischof D. H., Bischof der Diözese Basel und zugleich Fürst des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und als solcher weltlicher Landesheer im heutigen Kanton Jura. Im Berner Jura, im Birsig, im Laufental sowie in Schliegen, Iestein und Binzen im badischen Markkrefler Landgebiete, die zum Territorium des Fürstbistums Basel gehörten. Heute gehören zum Bistum Basel die Kantone Aagau, Basel-Landschaft Basel-Stadt Bern, Jura, Luzern, Schaffhausen, Solothurn, Thurgau und Zug. Geschichte Ursprung Das Bistum Basel geht in seinen Anfängen auf ein Bistum mit Sitz im römischen Kastell in Augs zurück, dessen erster Bischof Justinianus nachweislich an den Konzilen von Sadika 343 und Köln 346 teilgenommen hat. Wie die Ausgrabungen des Fundaments einer spätantiken Kirche in Kaiser Augs zeigen, muss es bereits zuvor in dieser Gegend christliche Gemeinden gegeben haben. Um 400 wird dann erstmals Baselier als Bischofssitz erwähnt, der sich zu jener Zeit wegen der Allmanneneinfälle auf dem besser zu schützenden Basler Münsterhügel befand. Als erster Bischof galt seit dem Hochmittelalter der legendäre Penthalus, der im Bistum als Heiliger verehrt wurde. 618 trägt ein gewisser Ragnarha aus dem Kloster Lyköy den Titel eines Bischofs von Basel und Augst. Unter der Herrschaft des Frankenkönigs Pepin III beginnt dann mit Bischof Wallaus eine lückenlos überlieferte Reihe von Bischöfen in Basel. Zur Zeit Karls des Großen erfährt das Bistum Basel unter dem Bischof Haito eine erste Blüte. Haito war, wie Wallaus, zugleich Abt des Klosters Reichner und daneben Vertrauter und Berater des Kaisers. Für den er 811 als Gesandter nach Bützans reiste. Fürstbistum Basel im Mittelalter gelangte der Bischof von Basel wie viele andere Bischöfe auch zu weltlicher Macht und wurde Fürstbischof. Die Entwicklung des Bistums zum Fürstbistum nahm 999 mit den Schenkungen der altehrwürdigen Benediktiner Abtei Mutier-Grentwal, des Stifts Sanktursen und des Münstertels im Jura durch den kinderlosen König Rudolf III. von Burgund ihren Anfang. Hinzu kamen später als Zugänge zum Hauensteinpass das Seesgau und das Buchsgau sowie außerhalb der Diözese gelegen Gebiete am Bieler See. Die Herrschaft Prundhut, die Landvogteischliängen mit Istein und Kleinbasel. Der Mittelpunkt des geistlichen Fürstentums Basel war die Stadt mit ihrem Münster und den Domherrenhäuser. Die größte Ausdehnung hatte die weltliche Herrschaft unter Bischof Burkhardt, der in der Gunst Kaiser Heinrichs IV. stand, weil er ihn im Investiturstreit unterstützte und ihn sogar nach Canossa begleitete. Der Investiturstreit mündete letztlich ins Wormser Konkordat von 1122, das dem Papst künftig hin die Vollmacht einräumte, alle Reichsbischöfe in ihre geistlichen Würden einzusetzen. Damit wurde die Bindung der Bistümer und somit auch des Basler Bistums an die römische Kurie gestärkt. Nicht zuletzt deshalb setzte bei den verstreuten und verschiedenartigen weltlichen Besitztümern und Rechten des Fürstbistums nach einer längeren Zeit der Stagnation langsam ein Zerfall ein, in dem der Bischof den mit Erfolg ihrer Herrschaft ausbauenden Habsburgern, aber auch der mit Beharrlichkeit ihrer Autonomie anstrebenden Basler Bürgerschaft immer stärkeren Einfluss zugestehen musste. Die ehemals bischöflichen Städte Breisach, Neuenburg am Rhein und Rheinfelden wurden eine Beute der Habsburger und fielen zurück ans Reich. Auch im Elsass und in Basel selbst machte sich von der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts an der Habsburgische Einfluss in starkem Masse geltend. Darum richtete konsequent erweise der Bischof seine Territorialpolitik auf den Jura aus. Die umstrittene Bischofswahl von 1436 wurde auf dem von 1431 bis 1449 tagenden Konzil von Basel verhandelt. Mit der einsetzenden Reformation verlegte der Bischof 1527 seine Residenz von der Stadt Basel ins Fürstbischöfliche Schloss zu Brunthut. Das Domkapitel blieb hingegen bis 1529 weiterhin in der Stadt. Reformation und Exil des Basler Domkapitels in Freiburg im Breisgau am 9. Februar 1529, einem Fastnachtsdienstag, stürmten die Reformierten in das Basler Münster und zerstörten beim Bildersturm auf das Basler Münster seine Ausstattung weitgehend. Unermessliche sakrale Kunstschätze des mittelalterlichen Basel gingen dabei verloren. Durch glückliche Umstände blieb der berühmte Basler Münsterschatz vollständig erhalten. Am 12. Mai siedelten die Domherren und Kaplene, welche nicht zur Reformation gewechselt hatten oder auf ihre Nebenfründe gezogen waren, ins katholische Freiburg im Breisgau. Dort schloss das Domkapitel am 28. August 1529 mit der Stadt einen Vertrag über die rechtlichen und steuerlichen Belange, den Erwerb von Häusern, Kapitel und Amtshaus sowie über die Benützung des Freiburger Münsters. Damit hatte Basel für immer aufgehört Sitz des Bischofs und des Domkapitels zu sein. Verwaltungssitz des Domkapitels war ab 1587 Dekar Sekunden stürzische Haus, heute Baslerhof genannt. Weltliche Ausdehnung, weltliches Fürstbistum und geistliches Bistum waren nicht deckungsgleich. Der weltliche Besitz des Fürstbischofs erstreckte sich über die Jurakette vom Bieler See bis zur burgundischen Pforte und in die oberrheinische Tiefebene. Das Gebiet war sprachlich zweigeteilt, die Mehrheit sprach französisch-deutschsprachig waren nur die Ämter Zwingen, Pfeffingen, Birsekbiel, die drei rechtsrheinischen Gebiete und der Fürstliche Hof in Puntrut. Nicht weniger kompliziert war die konfessionelle Situation, der Süden des weltlichen Besitzes war reformiert, der Norden und die deutschen Ämter katholisch. Besonders verwirrlich präsentierte sich die staatsrechtliche Situation. Gehörte doch der Norden zum Heiligen Römischen Reich und bildete mit dem württembergischen Mömpelgard eine Reichsexklave zwischen Frankreich und der Schweiz. Die südlichen Ämter dagegen waren mit verschiedenen schweizerischen Orten verburgrächtet. So war die Stadt Biel mit Bern, Freiburg, I. Ü. und Solothurn eng verbunden und galt deshalb als zugewandter Ort der Eidgenossenschaft. Der Fürstbischof war nur noch nominelles Stadtoberhaupt. Das Städtchen La Neufel und die Propstei Mutier Grenwall waren mit Bern verburgrächtet. Die Prämon-Stratinse Abtei Bellilei und das Gorherrenstift Mutier Grenwall mit Sitz in Delsberg waren mit Solothurn verbündet. Fürstbischof Jakob Christoph Plara von Wartensee verbündete sich als Gegengewicht zum Einfluss des reformierten Bern im Südjure 1579 mit den sieben katholischen Orten der alten Eidgenossenschaft. Da das Bündnis bis 1735 immer wieder erneuert wurde, galt das Fürstbistum zeitweise ebenfalls als zugewandter Ort der Eidgenossenschaft. Eine Aufnahme als 14. Ort der Eidgenossenschaft scheiterte jedoch am Widerstand der reformierten Orte. Geistliche Ausdehnung Das geistliche Bistum, die Diözese, hatte eine größere Ausdehnung als das weltliche Bistum und erstreckte sich weit über das Fürstbistum hinaus. Umfasste es doch auch Teile des Elsass, das österreichische Friktal und große Teile des Kantons Solothurn. Der größte Teil des Fürstbistum gehörte zwar kirchlich zur eigenen Diözese, die Auszweie mit Puntrut, dem Sitz des Basler Fürstbischofs, unterstand jedoch geistlich dem Erzbischof von Besankon. So musste der Basler Bischof für alle kirchlichen Amtshandlungen in seiner Residenzstadt zuerst die Bewilligung des zuständigen Besankoner Bischofs einholen. Erst 1779 wurde im Rahmen eines Gebietsabtausches die Auszweie kirchlich zum Bistum Basel geschlagen. Der Süden, südlich Sespierre Pertwies, war Teil der Diözese Lausanne und die rechtsrheinischen Gebiete mit der Landfugteischliängen gehörten zum Bistum Konstanz. Das Basler Domkapitel in Alesheim im Vorfeld des holländischen Krieges zwischen Ludwig XIV. und Kaiser Leopold I. Als dem Verbündeten der protestantischen Niederlande sah sich das Basler Domkapitel in Freiburg vor wachsenden Schwierigkeiten. Zunächst kürzten die Österreicher 1670 die Einkünfte und quartierten 1672 im Basler Hof Militär ein. 1675 konfiszierten die Franzosen die Haupteinkünfte des Kapitels im Elsass und im Sundgau. Als dann die Truppen Ludwig XIV. Im November 1677 die Stadt Freiburg eingenommen hatten, erkannten die neuen Machthaber das Domkapitel nicht als eine neutrale, dem Bistum Basel angehörende Körperschaft an. Sie behielten dessen Einkünfte so lange zurück, bis die Domherren Freiburg verlassen und sich im Bistum Basel niedergelassen hatten. Im Frieden von Nimmwegen am 1. November 1678 wurde dem Domkapitel schließlich der freie Abzug gewährt. Nach Aufforderung des Bischofs in Puntrud zog das Kapitel noch im selben Jahr nach Allesheim, welches als neuer Sitz vorgesehen war. Am 5. Dezember 1678 traf der Weihbischof und zwischen dem 18. und 19. Dezember die übrigen Domherren im damals kleinen Bauerndorf Allesheim ein. Unter dem Bischof Johann Konrad von Roggenbach wurde die Erbauung einer Kirche, Kapitelhaus für Geschäfte und Akten und Häuser für die Domkapitulare, beschlossen. 1681 konnte der Allesheimer Dom geweiht und die Domherrenhäuser bezogen werden. Französische Revolution und Niedergang des Fürstbistums mit dem Ausbruch der Französischen Revolution brauten sich dunkle Wolken über dem Fürstbistum zusammen. Wegen seiner exponierten Lage bekam es die Auswirkungen des Umbruchs in Frankreich bald zu spüren. Als 1789 die französische Nationalversammlung alle Feudalrechte aufhob, verloren der Fürstbischof und das Domkapitel sämtliche Einkünfte aus dem Elsass. Schließlich wurde 1790 DK Sekunden Elsass kirchlich von der Diözese Basel abgetrennt und dem neuen konstitutionellen Bistum Colmar unterstellt. Im gleichen Jahr bildeten sich im verbliebenen Teil des Bistums erste revolutionäre Clubs und es brachen Unruhen aus. Kaiser Leopold II. sandte dem bedrängten Fürstbischof österreichische Truppen, die in den folgenden Wochen vom Breisgau her über Baslergebiet in Brunthut einmarschierten und den Aufstand niederschlugen. Nachdem am 20. April 1792 Frankreich dem Kaiser den Krieg erklärt hatte, marschierten französische Truppen in das Reichsgebiet des Fürstbistums ein. In der Nacht vom 27. auf den 28. April verließ der Fürstbischof mit seinem Hofbrunthut und floh zunächst nach Belilay, dann nach Wiel. Von hier aus versuchte er, den Einschluss des gesamten Fürstbistums in die helvetische Neutralität zu erreichen. Dies gelang ihm aber nur bedingt mit dem südlichen Teil. Da besonders die reformierten Städte Zürich und Basel mit einer Herausforderung Frankreichs keine Risiken eingehen wollten. Nach dem Toleriensturm in Paris im August 1792 radikalisierte sich die Stimmung, so dass im November einheimische Revolutionäre mit französischer Rückendeckung die Absetzung des Fürstbischofs proklamierten und die Raurachische Republik ausriefen. Damit hatte der Bischof auch den Norden seines Landes verloren und floh nach Konstanz unter kaiserlichen Schutz. Zur Verwaltung der südlichen Ämter setzte er einen Regentschaftsrat in Pieterleng bei Biel ein, welcher die Verwaltung in den südlichen, schweizerischen Gebieten des Fürstbistums bis 1797 weiterführen konnte. Das Domkapitel in Alesheim verhielt sich ruhig, um nicht die Aufmerksamkeit Frankreichs auf sich zu ziehen. Doch am 23. November 1792 rückten französische Truppen in das Dorf ein. Rechtzeitig hatte das Kapitel sein Archiv und den Domschatz nach Basel in Sicherheit gebracht. Auch baten die Domherren die beiden Kantone Bern und Basel um militärischen Schutz, doch diese waren nicht gewillt, wegen des Basler Domkapitels einen Konflikt mit Frankreich zu riskieren. Am 9. Dezember stellten die Franzosen die Domherren unter Hausarrest, doch mit Duldung des französischen Kommandanten in Alesheim konnten sich die Domherren nach und nach in den nahegelegenen neutralen Kanton Solothurn absetzen. In einer Sitzung in Konstanz mit dem Fürstbischof beschloss das von 16 auf 6 Domherren geschmolzene Kapitel, den Sitz von Alesheim wieder nach Freiburg im Breisgau zu verlegen. Ab Mai 1793 befanden sich keine Domherren mehr in Alesheim. Darauf wurden die Domherrenhäuser geplündert, das Mobiliar kurz und klein geschlagen. Der Rest des Kapitelarchivs verbrannt und der Dom als Kantonemor und Pferdestall verwendet. Am 9. März 1794 starb Fürstbischof von Roggenbach. Das Domkapitel wählte Franz Xaver von Nevoi zum Nachfolger, seit 1790 Domherr und daneben auch Pfarrer in Offenburg. Zunächst residierte der neue Fürstbischof in Offenburg und begab sich anschließend nach Konstanz zu seiner Kleinexilregierung. Zwischen 1794 und 1797 versuchte er, die helvetischen Gebiete für sein Bistum zu sichern und die besetzten nördlichen Gebiete zurückzubekommen. Er hatte auch den Mut, im Sommer 1796 unangekündigt seinen Sitz von Konstanz nach La Neufel zu verlegen. Auf Druck Frankreichs und des benachbarten Bern musste er das Dorf jedoch wieder verlassen und siedelte ins luzernische Kloster St. Urban über. Am 17. Oktober 1797 folgte der zweite große Schlag gegen das Fürstbistum als Österreich und Frankreich in Campoformio Frieden schlossen. Der Kaiser trat Frankreich in einem Vertrag das ganze linke Rheinufer ab und gab ihm darüber hinaus freie Hand in der Schweiz. Bereits am 14. Dezember marschierten französische Truppen im Süden des Bistums ein, besetzten die helvetischen Ämter, eingeschlossen Biel. Diese Gebiete wurden darauf zum Département du Mont Terrible geschlagen. Damit stand Ende 1797 nur noch das kleine rechtsrheinische Amt Schliegen unter der Herrschaft des Fürstbischofs. Bischof von Nervoy flur Ende 1797 mit dem Fürstbischöflichen Archiv von St. Urban nach Konstanz auf Reichsgebiet und beim Einmarsch Frankreichs in die Schweiz anfangs 1798 weiter nach Ulm, Passau und schließlich 1800 nach Wien. Auch der Zweite Koalitionskrieg brachte keine Möglichkeit zur Rückkehr des Basler Bischofs in sein altes Fürstbistum. Im Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803 wurden alle geistlichen Territorien außer Mainz, dem Johanniterorden und dem Deutschen Orden säkularisiert und ihre Gebiete weltlichen Fürsten übergeben. Das Fürstbischöflich-baslerische Schliegen kam Ende 1802 an den Markgrafen von Baden. Der Fürstbischof verlor wie alle anderen Reichsbischöfe und Reichssepte nebst seinem Land auch seinen Sitz im Reichstag, bekam aber wie die Domherren eine Pension. Damit hatte das Fürstbistum Basel endgültig aufgehört zu existieren. Bistum Basel Übergang vom Fürstbistum zum Bistum Basel Nach der Säkularisation war der verarmte Franz Xaver von Nevoi nur noch Bischof einer schweizerischen Minidiozese, welche aus dem mittlerweile schweizerisch gewordenen Fricktal und einem Teil von Solothurn bestand. Nevoi kehrte nach Offenburg auf seine Pfarrstelle zurück und versuchte von dort aus zwischen 1803 und 1813 mit Hilfe des Nunzius in Luzern. Das Bistum Basel als ein schweizerisches Bistum wieder zu errichten. Während der napoleonischen Zeit waren Neveos Anstrengungen vergeblich doch als Ende 1813 Dekasekunden französische Kaiserreich zusammenbrach, schöpfte er neue Hoffnung und bat die drei alliierten Monarchen um die Wiederherstellung seines Fürstbistums. Im ersten Frieden von Paris im Jahr 1814 wurde Frankreich in seinen Grenzen vom 1. Januar 1792 wiederhergestellt. Damit war vorgezeichnet, dass das Bistum wieder schweizerisch werden würde, ohne jedoch einen eigenen Kanton zu bilden. Im Herbst 1814 begann in Wien der Kongress, der auch über das Fürstbistum entscheiden sollte. Fürstbischof von Neveos hatte drei Ziele. Erste die Wiederherstellung seiner weltlichen Herrschaft, zweite eine Garantie für die Existenz der Diözese, Basel dritte die Sicherung seiner Pension. Der Wiener Kongress war nicht geneigt, nach der Säkularisation wieder geistliche Fürstentümer zu errichten, und verteilte das ehemalige Gebiet des Fürstbistums Basel wie folgt. Der größte Teil mit den Juraschluchten und Pässen ging territorial an den Kanton Bern und ein kleinerer Teil, das Bersig, an den Kanton Basel. Immerhin konnte Neveos seine beiden anderen Forderungen durchsetzen. So mussten die Kantone Bern und Basel die Pensionen für ihn, seine Domherren und einige Beamte übernehmen. Der wichtigste Erfolg jedoch war die Garantie der Existenz einer Diözese Basel in den Schlussakten des Wiener Kongresses. Damit waren die Weichen zur Wiederherstellung des alten Bistum Basel gestellt. Das neue, alte Bistum Basel. Am 17. September 1814 wurde das Gebiet des Bistums Basel, also der nördliche Teil des Jura und die ehemaligen deutschen Ämter, kirchlich Neveu unterstellt. Sein Fürstbistum jedoch bestand de facto nur noch aus dem Friktal, das bis 1802 österreichisch gewesen war. Dem heutigen Kanton Jura und dem Anteil des Bistums Basel am Kanton Solothurn und war so kaum lebensfähig. So setzte Neveu sich weiter für die Neugründung einer größeren Diözese Basel, den Erhalt des Namens und Pundhut als dessen Residenzstadt ein. Durch die Abtrennung des Schweizer Teils vom Bistum Konstanz kamen der konstanzische und im gleichen Jahr auch der Lausanne Teil des Kantons. Solothurn zum Bistum Basel ebenso wie der rechtsrheinische Teil des Kantons Basel. Die H. Kleinbasel mit der neu gegründeten katholischen Pfarrei Basel. 1820 schloss sich der Kanton Luzern, der früher auch Konstanz unterstanden hatte, provisorisch dem Bistum Basel an. 1828 kam es aufgrund eines Konkordats zwischen Basel, Luzern, Solothurn und Zug mit Papst Leo XII. Zur Neuerrichtung des Bistums Basel mit Bischofssitz in Solothurn. An der Neugründung des Bistum waren aktiv die Kantone Solothurn, Bern, Zug und Luzern beteiligt. Die feierliche Verkündigung der Neuorganisation erfolgte am 13. Juli 1828 am neuen Bischofssitz in Solothurn. Das Kollegiatsstift St. Urs und Victor wurde dabei zum Kern des neuen Domkapitels, bestehend aus je drei Kapitularen aus den Kantonen Luzern, Bern und einem aus dem Kanton Zug. Am 23. August 1828 starb der ehemalige Fürstbischof und neue Bischof des Bistums Basel Franz Xaver von Neuoy in Offenburg. Als sein Nachfolger wurde 1828 der Generalprovikar für den Kanton Solothurn, Josef Anton Salzmann, vom Domkapitel gewählt. Die Kantone Aargau und Thurgau schlossen sich im folgenden Jahr dem Konkordat an und 1864 auch der Kanton Bern. Dessen Gebiete links der Are bis dahin zum Bistum Lausanne gehört hatten. Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wird diskutiert, das Bistum Basel neu zu ordnen. Da es mit großem Abstand das größte Schweizer Bistum und zudem in zwei Teile zerschnitten ist. Insbesondere eine mögliche Abspaltung des Gebiets der Kantone Thurgau und Schaffhausen sowie auch Luzern wurde immer wieder diskutiert. Bis dahin blieben sichtbare Konsequenzen aus dieser Diskussion jedoch aus. Bischofswahl Eine Besonderheit des Bistums Basel ist die Bischofswahl. Wie in der 1803 untergegangenen adligen Institution des Fürstbistums hat das Domkapitel auch heute das Bischofswahlrecht. Der Bischof wird vom lokalen Klerus gewählt und kann vom Papst nur bestätigt werden. Dies ist weltweit nahezu einzigartig und nur noch im Bistum St. Gallen zu finden. Die Özesankalender Im Bistum Basel wird der Regionalkalender für das deutsche Sprachgebiet um die folgenden Eigenfeiern ergänzt. Abkürzungen H ist gleich Hochfest F ist gleich Fest G ist gleich Gebotener Gedenktag G ist gleich Nichtgebotener Gedenktag G K ist gleich Generalkalender R K ist gleich Regionalkalender 24. Januar Sel Eberhard V. I. von Nellenburg G. Weiß 21. Februar H L L Germanus und Randolt G. Rot 19. April H L Leo IX G. Weiß 9. Mai H L Beatus G. Weiß 18. Mai H L Burkhard von Beinwill G. Weiß 13. Juli H L Heinrich II G. Weiß 22. Juli Jahrestag der Weihe der Kirchen der Kantone Thurgau und Schaffhausen, die ihren Weihetag nicht kennen H. Weiß 24. Juli H L Ursicinus G. Weiß 5. August H L Oswald G. Rot 16. August H L Theodor G. Weiß 1. September H L Verena G. Weiß 2. Oktober H L Leo Degar G. Weiß Leodega G. Rot Albo Romeus G. Weiß